Und Teilbar steht für eine offene und freie Gesellschaft der vielen. Wir kämpfen gemeinsam gegen jegliche Form von Rassismus, Antisemitismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Antifeminismus. Gegen die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten, gegen Sozialabbau und Verarmung. Für eine offene und solidarische Gesellschaft. Entsetzt haben wir in der letzten Woche nach Halle geblickt. Dort gab es Schüsse auf das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby. Angriffe wie diese häufen sich und zeigen die steigende Bedrohung von rechts. Wenn Hass und rechte Gewalt zunehmen, stehen wir als Gesellschaft und Teilbar zusammen. Ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf uns alle. Wir, die teilnehmendes und Teilbar-Ratschlag sind solidarisch mit all denjenigen, die von Angriffen von rechts ausgesetzt sind. Gemeinsam, solidarisch und teilbar!